Hey Leute, was geht? Winterhals und Fitness hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Trainingsvideo. Falls bisherige Wünsche geäußert wurden, mit Facecam und so, konnte ich bisher noch nicht darauf eingehen, weil das andere Video ist noch gar nicht online, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, das hier ist direkt der Tag danach. Das heißt, das hier wurde an dem Tag aufgenommen, an dem das andere gesprochen wurde. Deswegen auch jetzt so gedreht. Was stand an? Es stand an, Sumo-Kreuzheben-Speed, das heißt, ein Tag nach den Kniebeugen direkt Sumo-Kreuzheben-Speed. 60% des Maximalgewichts, ich rechne im Moment mit 250 Kilo. Das heißt, 150 Kilo, vier Wiederholungen, acht Sätze, mit den Gummibändern gespannt. Ich schätze, wir haben oben eine Last von zwischen 170 und 180. Das heißt, wir starten unten mit 150 plus, weiß ich nicht, 1-2 Kilo pro Seite, wenn überhaupt. Das wird das Band wahrscheinlich noch nicht haben und enden oben mit 170 bis 180. Ich kann es nicht einschätzen. Und ihr seht, ich greife andersrum. Das heißt, meine linke Hand ist proniert und meine rechte Hand ist supiniert. Ich glaube, so kann man das sagen. Das heißt, die Handaußenfläche zeigt nach vorne an der linken Hand und die Handaußenfläche zeigt nach hinten an der rechten Hand. Untypisch für mich, weil ich halt diese Disbalance ein bisschen ausgleichen will. Ungewohnt für mich so zu ziehen, aber wird jetzt am Speedtag so gemacht und am Haupttag benutze ich ja Zughilfen. Einige hatten auch gefragt, warum Zughilfen? Einfach, achso, hier übe ich jetzt ein paar Setups, um beim nächsten Meet mich vernünftig fürs Kreuzleben vorzubereiten. Wegen der Zughilfen hatten ein paar gefragt, warum machst du das? Bist du zu schwach oder was? Ich möchte meinen Kreuzgriff am Haupttag nicht so wie gewohnt machen, eben wegen der Schulter. Ich möchte die gleichmäßig haben. Wenn ich schon nach innen rotiere, dann wenigstens gleichmäßig, sodass sich das ein bisschen ausgleicht. Deswegen die Zughilfen am Haupttag. Und ihr seht, Ziel ist es wirklich explosiv. Ziel sieht man es gerade nicht so gut, aber wirklich mit Power explosiv an der Stange zu ziehen, um das zentrale Nervensystem dahingehend zu schulen. Das ist komplett Feuer aus allen Rohren gegen das Gewicht, schnell vom Boden weg, um in den Lockout reinzukommen. Und das Ganze natürlich mit einer submaximalen, äh nicht submaximalen Belastung, sondern mit einer leichten Belastung. Das wird nach oben natürlich dann schwerer, aber oben ist man für gewöhnlich auch einen Ticken stärker, beziehungsweise das Gewicht hat schon eine gewisse Bewegung. Das heißt, man muss es jetzt nicht mehr aus dem Nullpunkt bewegen. Das heißt, nach oben die Bänder, dynamischer Widerstand, ist eine feine Sache, um das Ganze dann doch nochmal einen Ticken anstrengender vielleicht zu machen. Und wirklich, um zu schulen, wir müssen nach oben mehr Speed geben. Wir dürfen nicht nachgeben, wenn es leichter wird, sondern wir müssen ballern. Hier nochmal der Pump der Beine läuft. Wunderbar. Schienbein war auch aufgerissen. So, danach wäre natürlich Bankdrücken dran gewesen, da ich aber im Moment aufgrund der Schulterverletzung, Impingement, alles entzündet, alles verspannt, alles verklebt, nicht Bankdrücke. Hier nochmal kurz meine Shoulderbehandlung, paar Ausschnitte, Bizepssehne, Schleimbeutel, alles ist entzündet und wird jetzt einfach zermatscht. Ich habe keinen Bock mehr. Ram mir das Teil da rein. Und mal sehen, was passiert. Nächste Woche möchte ich wieder anfangen, das heißt, Dienstag wäre Bankdrücktag. Mal gucken, was geht. Ich werde euch auf jeden Fall mit dazu nehmen. Danach nochmal hier, ganz normal, kennt ihr, Stretch mit dem Band. Nochmal eine andere Variante, externe Rotation. Das heißt, die inneren Rotatoren wurden hier gestretched. Dann, wenn ich keinen Bankdrücken machen kann, kann ich aber zumindest den Trizeps trainieren. Da bin ich schmerzfrei, deswegen, ja, paar Sätze Trizeps geballert. Einmal so am Kabelzug und einmal so, damit wir nämlich den langen Trizepskopf auch mit drin haben. Der entspringt nämlich am Schulterblatt, meine Freunde. Nicht alle Trizepsköpfe entspringen am Oberarm. Der mittlere, also mediale und der laterale Trizepskopf, die entspringen am Oberarm, Knochen. Und der innere Teil, der entspringt am Schulterblatt. Deswegen auch die Überkopfübung, wie ihr hier nochmal seht, auch nochmal isoliert. Und dann aber auch nochmal die am Körper geführte isoliert, damit wir uns da schön auf den Trizeps konzentrieren können, meine Freunde. Damit wir brachiale Arme bekommen. Dann im Anschluss daran natürlich die Schulter geballert, meine Freunde. Mit den Facepuls angefangen. Rüber zu einer Variante. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist eine Mischung aus Seitheben und Rudern. Einfach Hauptsache mittlerer und hinterer Kopf. Der Rest ist mir doch scheißegal. Hauptsache ballern. Auch natürlich beidseitig. Dann noch ein paar Reverse-Dinger. Und was haben wir im Anschluss noch gemacht? Und natürlich die externen Rotatoren nochmal gekräftigt. Und in diesem Sinne, Leute. Das war es auch schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.